Quicksil doch habe ich noch Frank übrig nein aber du kommst doch aus Halleluja Patrick brauchte ich hier jetzt noch nicht dann gehe ich wieder Ja Danke Gell, voll nett Ja voll, hey Ja, ich muss mal kurz... Kann ich das inzwischen mitnehmen da hinten? Also wenn ich die eh so lieb bin dann geh ich jetzt allein in die Hölle Übrigens gehen wir mal eine grüne Party vielleicht Warte mal, wo... da ist die Hölle Kommst du mit? Das, was Actionreich ist, auch noch passiert Das ist noch die Bonus-Episode, Patrick Hier ist noch gar nicht der Actionreich Dauert schon circa eine halbe Stunde Nee, das stimmt nicht, die dauert gerade mal eine Viertelstunde Ja Dann hast du eh schon eine Episode voll Ja, ich möchte das trotzdem mal, wenn's hier noch fertig machen wird Do it Now Ja Alter, die Menge an Bones, die wir haben Alter Ich hab auch hier so ein Ding, das heißt, äh... Gottlieb, Bowl, Oherd Ja, den... Hast du von mir, glaub ich Ja, das ist definitiv deiner Ja, das ist meiner Kannst du aber gerne haben, du brauchst ne Ding, weiß ich Ja, stimmt, ich behalte die hier Noch ne Muskete hab ich da zum reinlegen Das Blasrohr Uh, das Blasrohr Aha Ja, 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 ja Alles, was ich jetzt rauslege, kann das mal kurz nach hinten legen Wo noch nach hinten? Ganz in die letzte Kiste rein, was einfach das restliche Equipment Und ich meine gerade, ich habe übersehen Nämlich, dass wir noch nach hier noch, ne... Dreieinhalb Stacks Knochen auf Tasche habe Hm, hey, den kann man benutzen, also nicht weggeben Ja, ich sage, ich lege eine Kiste, damit ist die Kiste fast voll Wo sind die Spinnenweben, mein Glück? Legs zu den Tüchern Nee, das sind frage ich, ich habe nämlich keine Oh, nice Ja, die kann ich jetzt auch nicht mehr brauchen Das ist jetzt keine Bonus-Episode mehr Ja, scheiß drauf So, willkommen zum Let's Play Terraria, liebe Freunde Hallo Ich hasse mein Leben Das nehme ich auch mit So, einmal gehören auch zu dem Patrick, dein Bogen Ach, weiß, danke Ich sehe die Piggybanks auch da rein Die Lampe hatten wir noch nicht gelandet Die Lampe liegen wir dazu zu, wo die ganzen Schalter und so waren das Glas Das Quickstack ich jetzt hier auch mal rein Und auch nicht Boah, jetzt blüht er auf unter Stress, huuua Geh Jetzt geht, jetzt ist Polen offen Gib mal Dreck her, oder was denn nichts Äh, Dreck Ich hab keinen, nimm den Dreck auf die Kiste bitte Warte mal kurz Hab ich schon, hab ich schon Äh Oh, da, oh sie ist schon da Ja Äh Frauen Ich habe gerade begonnen, äh, Vorbereitungen zu treffen Und ich wollte gerade anfangen, jetzt ist es zu spät Hahaha, wuhu Baby Kommt her Ich mach euch Kickbox Wow Wie ich einfach alle mit dem Bogen niederschieße Geh mir mal meinen Bolo hört Ohohoho, das Baby ist geil Oh, der Goblin Tinkerer läuft frei rum, okay Hatten wir nicht schon den Goblin Tinkerer? Ja, aber da, da ist glaube ich rausgeblitcht oder so Ich hätte gerne, äh Einen Fuck, wer war das? Nicht die Nurse Da war's die Andere Da war's die Andere Da war's die Andere Hahaha Wie sie alle stirbt in dem Bogen Der Goblin hat auch nicht mehr viel Leben Ja, was stirbt, das stirbt Kommt eh wieder nach Der Frank ist gut Der Frank ist gut Knapp Alter Wuhu Alter, hinten Da hinten ist assig Wir haben einige NPCs verloren Die kommen nach Ja, trotzdem Ja, trotzdem Ich kann oben das Dach fertig bauen Toll Alter, wie viele Pfeile du verlierst Nö Nö Hey, my money Gut, dann geh ich wieder nach drüben Aaaaaaah Hahahaha Das ist ein Sniper-Battle Das ist ein Sniper-Battle, ich fände sie einfach drauf Ich hab ein Sniper-Battle Ich glaub die Kamera hab ich Äh Tja In Wirklichkeit macht er gar nix, ne Off-Screen Der läuft immer nur so, dass er gar nicht mit der Kamera Ja, komm du bist weglaufen von mir That was a joke Haha Okay Fat chance Ich hab in dem Fall keine Pfeile mehr Oh shoot Ich geh mal da drüben und räum ein bisschen auf, ne Jojo, tu das Leave my Sentry alone Nö Grad so'n so'n Pilzvergenusszwerge Du Schauhund frisst Pilze Arme lauf in den Band Nein, scheiße Da kommt schon wieder so ne halbe Schiffsladung Also ich komm ganz gut glatt Was macht der Merchant? Er läuft raus So, jetzt hab ich Kugeln hab ich jetzt auch keine mehr Oh fuck 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 Weg 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 Nein, oder? Ich liebe dich. You know what? Fuck Logic. Fuck the police. Echt jetzt? Oh, der fragt, was tust du? Hallo! Was tust du? Das Bett drüben niedergesäbelt. Oh! Woah! Er hat angefangen! Wuh! Da geht schon los, jetzt ziehen sie alle ein. Mhm. So. Ich brauch Muni. Ja, da musst du warten. Achso, welche Muni? Die Kugel-Muni? Ja, Kugel-Muni und Pfeil-Muni. Ich geb dir mal von mir 106 Pfeil-Muni, bis der Ding wieder da ist. Oh 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 ohoh oh 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 yeah Ach JAAAel Haben die einen Kl Howardyp noch mit? Anscheinend? Altaaaa Da ist wenig dran Da, dir steht der Hut besser Danke Wobei nein, ich sehm jetzt den Hut-Boys. Warte mal schnell Warte kurz, warte kurz, warte kurz Gebt mir den Zylinder Nee, den Zylinder bleib ich mir, du kannst einen anderen haben Oh, hallo Hallo, dear gentleman Hallo, liebe Freunde, wie gehts? Zu vermieten Hehehe Da, alles offen, alles frei Wenn du mir so viele Leute fühlst, dann soll ich das auch kriegen Ich zieh's jetzt mal alle vorsichtshalber in die untersten Stockwerke um Ja So, wann kommen die Typen jetzt eigentlich wieder? Jo, mit der Zeit Gehen wir eben währenddessen in die Hölle, würd ich sagen, oder? Nee, ich war noch nicht fertig mit deiner, warte, ne? Oh Seriöse Episode Ende, Bonus Episode weiter, oder ne? Hehehe Nee, ich bin's jetzt eh gleich Ja, ich trim dann mal, ich trim dann mal mein Glas im Garten So, was bleibt, das bleibt, das bleibt, das bleibt nicht Ich lege hier mal die Kisten in die Kisten Okay Inception Das bleibt, das bleibt, ich geb mal dir das Dynamit, ne? Äh, jo Okay, ich hab jetzt von den Driemann hier so viel zu wegschmeißen Machen wir mal Sticky Glow Sticks, ne? Ich hab auch ein Furnei Ein Furnei? Ja, ich weiß nicht wo, aber ich hab irgendwo einen Ofen aufgesammelt Und auch ein Bett Leg ich mal hier in die Kiste rein Placeables Ja, mach das mal ruhig Statt Ich eh nicht Ah Nice Lass uns die neuen Leute begrüßen So, Bonus Episode offiziell Ende Wieder Mal wieder Der kriegt ja den, der kriegt den hin Gib mir deine Bälle Da steh'n dich bei Muni Shop Wirst denn deine Pfeile entgegen gerade? Ja, du brauchst die alle Naja, nicht mehr Also, ja, ich benutze Pfeile nicht so wirklich ganz immer, aber okay So, wir haben 20 Minuten noch Zeit, das reicht für ein bisschen Hölle Gut Das ist Wahnsinn Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle I hate myself now Ich bin froh darüber Patrick Schomecker, Schomecker sehr, komm mal her Warte, warte, warte Wesen du Das ist schon du Ja Schaust mich hier Schaust mich hier Schaust mich hier Schaust mich hier mal her Ich würde die Hölle wie deine heisse Angelegenheit Jouuuu Okay, geh mal Ah, ich muss mich mal ins Bomben setzen Bis zum nächsten Mal.